Die Fußball-WM ist da. Sehen Sie hier, wie Sie mit einer pikanten Churrasco-Soße Ihre Grillparty brasilianisch aufpeppen können. Auf geht es in einen tollen Samba-Sommer. Damit bei Ihrer Fußball-Grillparty das richtige Feeling aufkommt, darf eine Churrasco-Soße nicht fehlen. Dazu benötigen wir zwei Schalotten, eine Knoblauchzehe, jeweils eine rote und grüne Paprika, drei Tomaten, 60 Milliliter Olivenöl, zwei bis drei Peperoni aus dem Glas, ein Esslöffel gehackter Koriander, ein Esslöffel gehackte glatte Petersilie, ein Esslöffel gehackte Minze, zwei Esslöffel Rotweinessig, außerdem etwas Salz, Pfeffer, Zucker und ein Teelöffel Limettenschale. Zuerst schneiden wir die Schalotten in feine Würfel. Waschen Sie die Paprika und die Tomaten und die Peperoni und würfeln Sie alles. Erhitzen Sie in einer Pfanne 30 Milliliter Öl und dünsten Sie darin die Schalotten, bis sie glasig sind. Im nächsten Schritt pressen Sie den Knoblauch in die Pfanne. Dann kommen die Paprika und die Tomatenwürfel dazu. Dünsten Sie alles circa fünf Minuten. Heben Sie anschließend die Peperoni unter. Geben Sie die Kräuter zusammen mit dem restlichen Öl zwei Esslöffel Rotweinessig in eine Schüssel und verrühren alles gut. Heben Sie unter die Gemüsemischung die Kräutersoße. Zum Schluss verfeinern Sie die Churrasco-Soße mit Salz, Pfeffer, Zucker und einem Teelöffel abgeriebener Limettenschale. Die selbstgemachte Churrasco-Soße sorgt für den besonderen geschmacklichen Pfiff auf jeder Grillparty. Unser Tipp, bereiten Sie die Soße schon am Vortag zu, damit die Zutaten gut durchziehen können. Machen Sie auch bei unserem Online-Tippspiel zur Fußball-WM mit. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017